Rammstein gehen 2019 auf Tournee durch Deutschland und Europa. Offiziell angekündigt wurden am Donnerstag zwei weder dieser Plan noch konkrete Termine. Erste, von Band und Tour-Veranstalter mit befeuerte Spekulationen sowie Licks machten aber bereits die Runde. Und nach und nach stehen nur noch erste Daten fest. So starteten Rammstein in diesen Stunden eine Viral-Kampagne, in der sie nach und nach ihr Spielorte für 2019 verraten werden. Unter dem Hashtag Raute gibt Feinacht sollen Fans Hinweise in den sozialen Netzwerken posten, die sie an ihrer Stadt entdeckt haben. Und diese Hinweise sind teilweise sehr offensichtlich, an Berliner Hauswände und erstrahlen etwa Illustrationen des Berliner Olympiastadions. Oder ist es die alte Försterei? In Gelsenkirchen, Frankfurt, Hannover und weiteren Städten hängen bereits Plakate mit konkretem Datum. Die demnach bisher als sicher geltenden Termine der Rammstein-Tour 2019 in Deutschland und Europa lauten 27. plus 28. Mai 2019 in Gelsenkirchen, Weltins Arena 5. Juni 2019 in Bern, Stade desuise 8. Juni 2019 in München, Olympiastadion 12. plus 13. Juni 2019 in Dresden, Rudolf-Habich-Stadion 16. Juni 2019 in Rostock, Ostseestadion 22. Juni 2019 in Berlin, Olympiastadion-Alte Försterei, Bar 2. Juli 2019 in Hannover, die Arena 10. Juli 2019 in Brüssel, König-Bauden-Stadion 13. Juli 2019 in Frankfurt, Konzbank Arena 16. plus 17.07 In Prag, Eden Arena Plakate für Österreich, Wien, Ernst-Habel-Stadion, die Niederlande, Rotterdam und Russland, Moskau und St. Petersburg, sind auch schon aufgetaucht, jedoch noch ohne Datum. Von bis zu 26 geplanten Shows ist die Rede. Weitere Infos und Details zu Tickets und dem Vorverkauf folgen Rammsteins neues Album erscheint 2019 Rammsteins sechstes und bis heute aktuelles Studioalbum Liebe ist für alle da erschien 2009, also vor fast 10 Jahren. Ein neues Album ist konkret in Planung und bis zur Tour 2019 wahrscheinlich erschienen, aber ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt. Momentan heißt es, eine Veröffentlichung sei im Frühjahr 2019 geplant. Den Hype um Rammsteins neues Album hatte vor einigen Wochen die Ankündigung von zwei ganz besonderen Konzerten geschürt. An Silvester 2018 und dem 2. Januar 2019 werden Rammstein an einem Strand in Mexiko auftreten. Der Veranstalter des Konzerts hatte sich dazu verplappert und das Konzert bereits mit neuen Songs beworben, laut einem nur für kurze Zeit auf der Ticketseite zu lesenden Text solle das Rammstein-Album noch vor Ende des Jahres erscheinen. Das ist ein Gefühl, ich kann falsch liegen, aber momentan fühlt es sich an, als sei es der letzte Schuss, den wir haben und auch deshalb will ich 200% geben, damit es so gut wie möglich wird, sagte Gitarrist Richard Kruspe vor rund einem Jahr in einem Interview mit Resurrection Fest. Auch aufgrund dieser Vorgeschichte kokettiert Kruspe offen damit, dass es sich beim Nachfolger des 2009 erschienenen Lieber ist für alle da womöglich um das finale Album Rammsteins handeln könnte, auch wenn die Band im September 2017, kurz nach dem Interview, ein Statement veröffentlichte, in dem sie den Gerüchten einer baldigen Auflösung widersprach. Um die Wartezeit bis zum neuen Album zu verkürzen, veröffentlichten Rammstein Anfang 2017 einen Konzertfilm, der für kurze Zeit sogar im Kino lief. Diverse Konzerte aus Paris wurden zu einem Konzert zusammengeschnitten, Regisseur Jenas Akel und ergänzte die Szene noch mit einigen Effekten. Für 2019 hatte Lindemann übrigens auch ein Solo-Album angedeutet. Anfang Oktober eröffneten Rammstein zudem einen offiziellen Pop-Up-Store in Berlin.